Hallo liebe Freunde der dunklen Seite, willkommen zurück zu Star Wars Battlefront und ja da kommt der... mit dabei ist der Soros, mit dabei ist der Tombi und der Drachenbursche. Hallo! Hast du auch meinen Namen gesagt? Der Soros! So, wieso stand ich schon wieder als imperiale Sturmtruppler hier? Ja ich auch. Ja ich auch. Aber ich bin zweiter Team, soweit unbedingt sonst nie. Ich muss sagen, ich freue mich, dass Tombi wieder bei uns ist, dann können wir wenigstens... Ja, finde ich gut. Jetzt sind wir wenigstens wieder in einem Team, jetzt können wir uns wenigstens gegenseitig alle wieder beschimpfen, dass der andere schuld ist. Das ist bei eurem Team eben auch schon passiert. Ja ja, das war schon wenigstens nur einmal. Ja, das war ja offensichtlich, wenn schon... Ich sicher nicht. Na, da kommt der... Wieso triffst du mich eigentlich immer als erstes? Luke ist hier mit dem Raketen, der ist vom Bahnhof. Was, sind wir uns auch durch Haaren getötet? Ich bin schon wieder tot! Mann! Oh, ich spawn direkt vor. Oh, der Krennic ist auch schon tot. Ja, das ist mir auch passiert. Ich bin gespawnt und hab in der nächsten Sekunde Luke sein Schwert in mir drin gehabt. Ja, geil. Alles klar! So, so, so! So schnell läuft das. War schmerzhaft. Es brannte sehr. Oh Mann ey! So ein Kack ey! Luke Skywalker. Sehr gut, weg ist er. Oh Mann! Fackel dich ab! Ich mag die Karte aber auch gar nicht. Jawoll! Geil, Alter! Ansono einfach abgefackelt, die Dreckse. Oh! Ja, sorry, der hat nichts anderes verdient, Alter, wenn er sich von seinem dreckigen Sohn so abstechen lässt. In der Mitte liegt noch Heilung. Falls du da hinkommst. So, Nierenamm hab ich erledigt und hab damit die Runde beendet! Wie viel Leben hat's denn, du Nosferbus? Das war sauknapp, Alter. Ach so, war ich der letzte Helde? Zwölf oder so. Echt? Oh, ein Glück, dass ich Nierenamm besiegt habe. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Na, nehm ich mal den Imperator hier. Ein Glück, du hast uns gerettet. Gut gemacht. Bin ich mal wieder Dengar. Dankeschön, Dankeschön. Es ist zu viel der Ehre, ich werd schon fast rot. Dengar, Dengar, Dengar. Dengar, Dengar. Wenn man zweimal direkt vor Luke spawnt, kann man nichts anderes erwarten. Ja, hab ich jetzt immerhin nur einmal erwischt direkt vor Luke. Das war auch ein schnelles Endbild. Was dauert das immer so lange? Die können sich immer nicht entscheiden. Ja, man, ich mach das mit Absicht, ja. Ich glaub, die wollen uns nerven. Ja, jetzt ist die Zeit oben eh abgelaufen, jetzt wurde er zugeteilt. Das hat er jetzt davon. Der Khan Solo. Das hat er davon, Mann, der Wut Held. Bam! Das ist ne Strafe, Mann. Die gerechte Strafe, ey. Die gerechte Strafe für ihn, ich glaub. Das hat er sich echt verdient, Mann. Hat keiner von uns Vagda? Also, ich hätte, aber ich bin Held. Ja, ja, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber ich bin auch Held. Ja, hier, wir haben wieder hier richtig... Oh, das ist nett von dir. Da kommt doch jemand angerannt, ey. Oh, es geht wieder los. Da läuft's los. Ja, Luke, guck mal, ich hab was zum Explodieren für dich. Jawolli, der ist gleich tot, wa? Der hat nicht mehr... Ja, ist auf jeden Fall gleich tot. Der ist schon tot. Wie macht er das denn so, Mann? Ja, das war ne kurze Runde mit Luke hier. Aber hat mich leider auch ziemlich viel in der Idee mit seiner Gehörst. Okay, dann warte, ich muss noch... Ey, in der Mitte ist nie ein Name, in der Mitte ist nie ein Name. Okay, hast du noch ein Ding zum Spawnen? Nee, 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 ich hab's grad selber benutzt. Boah, Nienamp ist da in der Mitte. Da, wo Luke geschoben ist, genau dort. Ja, ja, ich... Also, ich hab grad schon auf ihn geschossen. Da, links, 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 kommt er. Okay. Ich muss ein bisschen in der Deckung bleiben. Und tot ist er. Sehr gut, das war ne kurze Runde. Ja. Das ist ein bisschen langweilig. Geht doch nicht, dass die auch immer so schnell drauf gehen müssen, einfach die Gegner. Ja, wir haben weniger, ne? Also... Ja, gut, aber der Luke, was der da gemacht hat... Waren wir vorhin auch. Okay, wir haben auch verloren am Ende, egal. Aber ist manchmal ein bisschen seltsam, dass da zwei gleich weniger sind beim anderen. Ja. Schon komisch. Egal. Ich spiele auch so gerne nochmal als imperialer Sturmtruppler. Nicht. Heilung! Jetzt hat mal jemand geheilt. Hat jemand mitgedacht? Ja, ich war's. Gute Aktion, gute Aktion. Kann man nix gegen sagen. Die Händen sind so schnell, man kommt ganz schnell daher hier. Ist Wahnsinn, gell? Die rennen einen davon. Und dann sterben sie wieder als erstes. Der Greedo da vorne ist garantiert gleich tot. Na, echt? Ja, dieser Greedo, der lab mir. Wer ist eigentlich dieser Greedo? Hinter die Chewbacca... Hinter die Chewbacca... Äh, Guido, äh, Dings, äh, Marcel. Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Oh, Mann. Voll lauter Aufregung hier, ey. Oh, Luke Luke ist auch da. Luke ist auch am Start. Der kleine Duane ist wieder aufgeregt. Aber richtig aufgeregt. Gib mir mal Heilung. Nein, der Luke schon wieder mit seinem blöden Lichtschwer. Der ist aber gleich tot. Ja, der ist tot. Heilung. Hab ich leider nicht. Heilung für alle. Ich hätte Heilung gerade am nächsten Verstand. Wenn ihr Name ist beim Dengar? Ja, beim Dengar. Na gut. Schön. Da oben ist auch ein Held draufgegangen gerade. Aber leider von unserer Seite. Alles gut. Ja, krass. Das wird eine ganz kurze Runde, Heldenböse Schurken, glaube ich. Befürchte ich fast. Ein 5 zu 0 bahnt sich an. Ja. Mal schauen. Vielleicht machen sie ja den Unterschied. Vielleicht bekommen sie ja nochmal zwei Mitspieler, die dann in der letzten Runde alles nochmal drehen. Und den Grund und Boden. Alles klar. Wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Das Legendäre 3 zu 0. 3 zu 5. Das 3 zu 5. Die drehen das noch. Ich sag's euch. Das ändert alles. Wenn Dwayne weiter so spült. Der rockt das hier. Dwayne ist schon aus dem Haus raus. Jetzt kommen sie wieder. Die Spreche. Da sind die Spreche wieder am Start. Weil ich als alter halber Roboter kommt ganz schon hinterher. Ja, Luke kommt. Sala, kamen. Halber Roboter. Wolltest du Anakin näher sein? Hast du deine Hand abgehackt oder was? Muss auch mal sein. Ich hab zwar gar nicht verstanden den Spruch gerade, aber ist egal. Ja, ja, ja. Ome Shui. Naja, vielleicht kennst du die Filme. Der hat da seine Hand verloren, weißt du? Gibt so Star Wars Filme. Gibt so Star Wars Filme. Basiert hier drauf, das Spiel. Nee, ich dachte die Filme basieren auf dem Spiel. Ja, stimmt, hast recht. Und Dengar ist die Hauptrolle. Jawoll! Besiegt hab ich ihn! Alles ist langweilig, ja. Die kürzeste Runde aller Zeiten oder so ähnlich. Jetzt haben sie aber mehr. Jetzt haben sie mehr? Ich sag doch. Jetzt kommt ja, ja. Da heißt einer Dragon, der muss gut sein. Und Miss Gollum. Miss Gollum, ey. Miss Gollum. Miss Gollum macht's jetzt. Miss Gollum zieht sie alle ab. Ja, schon sehen. Miss Gollum ist kein Held. Die Neuen sind keine Helden. Verdammt. Zumindest die 1000 Punkte hätte ich eigentlich schon ganz gerne noch. 1000 Punkte. Bist du Held? Nee, ne? Nee, leider nicht. Deswegen wird's auch schwierig, aber... Ja, da rennt schon wieder rein, der Luke. Der Luke ist so doof. Der Luke ist gleich wieder tot. Ja. Jawoll, ich hab ihn ausgeschaltet auch noch. So abgestoppt. Es ist so ick. Harn steht links. Harn steht da. In der Mitte. Der kommt. Der kommt. So soll er kommen. Das war jetzt auch schon tot. Hey, hey, hey. Hannes tot? Nee, Hannes hinten, oder? Ja, Hannes tot hat Sache. Oh, wo sind denn noch ein paar welche von denen? Von den Ganoven da vorne. Da oben ist Chewie. Oh, intelligente Rakete. Wo ist Chewie? Sitzt da oben auf dem Pelsen. Der ist ja ganz hinten, ja. Auch beim Dengar. Ich glaub noch ziemlich viel. Totale Vernichtung hier. Er kriegt überhaupt nichts mit, der Chewbacca. Oh man, oh man. Das war ne Runde. Das war ne echte Nummer, grad mal 5 Minuten oder so, ey. Du musst ja fast noch eine spielen. Ich muss ja fast noch eine spielen. Ich muss ja fast noch eine spielen. Oh man, oh man, oh man. Ja, hey, 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 hey. Der kann nicht. Ja, 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 ja. Okay. Ja, was darf man machen mit so busy Leuten spielt? Oh! Muss aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Ja, ne? Ja, ne, ne. Ja, so gern aufgestiegen, ne? Sag mal, schöner Abschluss. Ja, meine Stufe 4 hat sich noch nicht erreicht. Das dauert noch. Ja, da muss jetzt irgendjemand noch eine Verabschiedung machen, wenn das hier der Abschluss ist, wenn du das schon sagst. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Servus. Oh Gott, Leute. Da ist er raus. Da ist er raus.